Die Vorberichterstattung ist in vollem Gange und neben mir sitzt nun ein Mann, der den Co-Hauptkampf bestreiten wird, ein Rückkampf gegen Mamed Kalidow bestreiten wird. Das ist Ryuta Sakurai, der sich vor drei Jahren schon einmal mit Kalidow messen konnte und dem polnischen Superstar hier ein Unentschieden abbringen konnte, ein Unentschieden, an dem viele hinterher gezweifelt haben. Viele haben Sakurai dort als Sieger gesehen und wir werden jetzt mit ihm sprechen, wie er sich auf diesen Kampf vorbereitet hat, ob er sich darüber freut, nochmal eine Chance zu bekommen. Ryuta, thank you very much for taking the time to do this. Ich habe mir gesagt, dass die Fanat ein Kampf über antioxidanter zwischen Mamed Kalidow ein paar Jahre alt war. Es war ein Hilfes. Und viele Leute sehen sich als Sie als die選手. Wie entwickeln Sie sich den Kampf vor, wie war dieiliere Re-Match nach? 2,3年前にカリドフと試合があって、周りの人は会長が勝ったよって言うんですけど、それに対してどうですかっていうのと、今回どう思ってますかみたいな感じですか。 3年前のファイトの時は、自分も勝ったとは思ってたんだけど、結果はドローになったので、自分の中では勝ったと思っているけど、それは3年前の話なので、今はそれは関係ないと思うので、新しい気持ちで。 3年前、私は戦いに行きたいと思うけど、それがドローになったので、今、私は3年前のファイトの結果を取り組んでいるんですけど、3年前のファイトの結果を取り組んでいる。 2年前のファイトの結果、そこで、今は関係ないと思う。 そうなんで、それはデータではない。 私は3年前のファイトの結果が分かったので、3年前の結果が分かりません。 Does das nicht so gut machen? Wie lange auf die Kommen die Kommen und die Kommen die Kommen der Kommen des Kommen des Kommen? Was ist das einfach so gut machen? Was ist das einfach so gut machen? Es ist nicht anders, aber ich weiß nicht, dass es nicht anders ist. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr als ob ich, dass es nicht anders ist. Ich habe drei Jahre vorher schon versucht, dass ich nicht weiß, wie ich es nicht weiß. Ich werde totalen Kampf gegen die Takt, die Takt, die Strecke und die Grapplinge kämpfen. Untertitelung des ZDF, 2020